Was geht ab ihr geilen klubschießter herzlich willkommen zu einer Demo von Outlast 2 und ich habe jetzt schon die außenverleichter spiel einfach zu gut kennen also ich kenne Outlast 1 und habe auch damals die Demo von Outlast 2 bei Gronke geguckt aber das hier ist jetzt glaube ich eine andere und alter warum tue ich mir das überhaupt an euch das zu zeigen ich bin einfach überhaupt nicht gebaut für horrorspiele das muss ich gestehen da stehe ich auch zu Horrorfilme kein problem Blut hier blut da von mir aus gern aber ich bin kein fan von horrorspielen Es recht nicht wenn ich mich nicht wehren kann und das ist hier nämlich der fall dann kotze ich so hart ab also haltet eure ohren zu Entfernt euch von euren mikro äh mikrofon lautsprechern oder nehmt eure headsets ab macht sie leiser oder was auch immer Dann wenn ich mich erschreckt dann kann es laut werden So welcome to the outlast 2 demo you are blake langer man a cameraman working with your wife lynn the two of you are investigating journalists Willing to take risk and the dig deep to undercover to uncover what the fuck the stories no one else will dare touch all this car Yeah, ich auch nicht You're following a trail of clues that started with a seemingly Impossible murder of a pregnant woman known only as Jane Doe So the investigation has led you mites into the arizona arizona desert to a darkness so deep that no one could shed Light upon it and a corruption so profound that going mad may be the only sane thing to do I must mind it I must mind it Here let me try a version that can serve as an intro for the whole piece tell me when we're good Okay uh we're good Two weeks ago a young woman was found wandering barefoot pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest Nachbar Gal Altstadt Outlast 2 Ich will nicht, Alter. Was mache ich hier bloß? Ah, okay. Das ist die doch. Wo ist meine Brille? Da ist sie. Jawohl, Alter. Das ist auf der Ding. Moin. Und die Kamera. Jawohl, äh, jetzt kann es losgehen. Na, ist mal aufstehen. So. Ah, mein Bein. Ah, mein Bein. Ah, mein Bein. Ah, mein Bein. Ähm. Ist, täusche ich mich? Oder ist das jetzt echt dieselbe Demo? Okay, so kann ich. Okay. Ähm. Ich kenne das auf jeden Fall. Die andere Demo damals, die Kronk gespielt hat. Zum Beispiel. Aua. Äh, die ist auch so gestartet, dass man irgendwo runtergefallen ist. Äh, ist das die jetzt? Ich dachte, das wäre jetzt eine neue. Deswegen wollte ich hier jetzt unbedingt reinschauen. Ich bin verloren. Und schuld. Jammed. Okay. Ich wollte hier eigentlich reinschauen, weil ich dachte, dass... Ich die nicht kenne. Und dass ihr die auch noch nicht kennt. Ich dachte, das wäre eine komplett andere Demo. So hatte ich das aufgegriffen. Wie ich das auf Facebook von... ...gewissen Seiten gelesen habe. Hi. Hi. Da hängt schon ein Kreuz. Das hängt aber noch richtig rum. Finde ich gut. Äh. Night Vision ging so. So, hallo. Oh. Badaween. Ich bin halt davon ausgegangen, dass das hier eine neue Demo ist. Also, so hatte ich das auch verstanden. Äh. Hi. Äh, so hatte ich das halt auch verstanden. Von den, äh, Websites, wo ich das gelesen habe auf Facebook. Also, die... ...Seiten. Ich ficke eure Mütter. Dicker, hier war's. So. Erstmal... ...Hartfresse haben. So. Ähm. Dann weiß ich ja, wie das endet. Und die meisten von euch... ...ja, sicher auch. Ich weiß nicht, ob die hier jetzt was verändert haben. Deswegen werde ich das... ...trotzdem mal spielen. Leute. Dude. Alter, der Dude hat sich weggeschleicht. Kranker Dude, ey. Ich will nickt. Ich will nickt. Ich bin mal gespannt, ob sich hier wirklich was geändert hat. Oder... Hör jetzt mal auf, Tür. Oder Fenster. Oh, warte mal. Kann ich durch das Fenster? Nee. Okay. Okay, das hätte sich gerade irgendwie angehört, wie... ...als wäre da wat. Ist es aber nicht. Ja, dem geht's gut, würde ich sagen. Was ist es? Ist es eine Kuh? Ist es eine Kuh? So. Hallöchen. Wo seid ihr denn? Kommt raus. Nee, kommt nicht... Kommt nicht raus. Das Ding ist, ist es schon länger her, als ich das geguckt hab. Und, äh... Dementsprechend ist auch das ein oder andere, äh, weg. So, erstmal klopfen. Immer schön da reingehen, wo die Tür vorher zugegangen ist. Da ist es nämlich bestimmt sicher drin. Ähm, was haben wir hier? Äh... Dieser Sprache bin ich nicht mächtig. Es sah auf jeden Fall nicht aus wie Englisch. Nein, jetzt wechsle ich die Kamera. Äh, die, äh... Wisst ihr? Batterie. So, okay. Hier kann ich mich also verstecken. Da ist auch ein Kreuz. Hallo? Okay, da ist nichts. Ja, 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 ja alter nudelsack alter was ist hier mit den türen los und alles wo ich will nicht da wenn der wird eine warum tue ich mir das überhaupt an bin ich bekloppt hallo 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 ja 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 ich kann danzen ich sehe schon ich werde hier so hart verrecken wenn nicht in game dann in real life kann ich euch sagen so hier sind viele kreuze hallo ich mache gleich auch drei kreuze im kalender die stehen für mein tod ja jetzt hört doch mal auf hier mir angst zu machen satanas in die michael die weiß nicht ob ich das richtig ausgesprochen habe ich hatte nie latein aber so viel weiß ich dass es latein ist wie ich jedenfalls von aus ja vielen dank ihr lieben outlast entwickler für nichts immer schöne blutspur folgen sind das puppen sind das echte menschen die sehen auf jeden fall nicht mehr gesund aus ich glaube das kann man festhalten so ein schaukel fehlt ein schaukel fehlt würde jetzt auch gerne auf den schaukelpferd sitzen würde ich da jemanden singen okay singt tut da glaube ich keiner oh gott alter was für schütter hat ho 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 was ist das hi ich will nicht stell dir das mal vor Sei artig. Ich will nichts hören. Sei ruhig. Oh, muss ich mich beeilen? Nein, bitte nicht. Hilfe. Ich will noch nicht nachladen, die Batterie. Oh. Boah, das ist nun los. Da hat man gerade was gesehen. Da hat man was gesehen. Alter, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Fuck. Okay, komm, wir machen so. Ich werde hier jetzt mal ein Cut setzen und werde das Video jetzt erstmal veröffentlichen. Das kommt am Morgen. Also am 6.10. kommt das für euch um 14 Uhr. Ich werde das soweit fertig machen. Und wenn es gut angekommen ist und ihr es in die Kommentare schreibt, dann werde ich hier weiterspielen. Ansonsten werde ich die Finger von der scheiß Demo lassen. Also es liegt an euch. Ihr entscheidet, ob ich mir in die Hosenscheiß wie sonst was oder ob ihr mich erlöst. Und ich hoffe, ihr erlöst mich, aber das werdet ihr eh nicht tun. Weil ich das weiß. Allein schon Michael wird hierher kommen und schreiben. Hey, mach weiter. Das wird bestimmt lustig. Ja, für euch wird das lustig, aber nicht für mich. Aber ich finde es schade. Ich dachte echt, dass es eine neue Demo ist. Weil das kam echt so rüber. Weil es wurde gesagt, für die Playstation 4 ist die jetzt verfügbar. Für PC und Xbox folgt die noch. Und davon bin ich halt ausgegangen, weil es gab ja schon eine Demo. Die war aber, glaube ich, nur... Oder war das eine richtige Demo oder war es nur eine Preview? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat man das hier schon in einem anderen Besöhnchen des Spiels gesehen. Was ich halt damals bei Gronke geguckt habe. Was heißt damals? Wobei das ist doch schon ein bisschen her. Ich glaube so... Boah, keine Ahnung. Und zwei Monate vielleicht schon? Kann das sein? Ich glaube, das kann hinkommen. Da ist Blut. Oder... Das ist einfach nur kaputt. Nein, was tue ich denn? Ach, ich musste sowieso nachladen. Ja, gut. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken uns noch kurz die Klassenarbeiten an. Was ist denn hier? Graduation-Exam-Test. Chapter 1. Increased rate between Europe and Asia. This list shows the results of... Okay. Another term for the Crusades is... Problem. Ach so. Jawohl, alter. Multiple choice. Ja, so möchte ich auch. So soll mein Abitur aussehen, alter. Ey, Taschentücher. Aha. Was wird denn hier gemacht? Warte mal, das macht keinen Sinn. Hier, das sieht nach Geschichte aus. Da ist ein Taschenrechner. Oder ist das eine Fernbedienung? Ne, das ist eine Fernbedienung. Das ist kein Taschenrechner. Taschenrechner mit Play. Alles klar. Jawohl. Hier sind Taschentücher. Und was ist das? Irgendwas. Irgendwas. English Dictionary. Gut, die New Edition. Alter, wer benutzt denn noch das? Bist du Oldschool-Dicker? Ja, genauso Oldschool, das hätte ich diesen Fernseher noch benutzt. So. Ich verabschiede mich. Und hoffe, dass das Video nicht gut ankommt. Ausnahmsweise hoffe ich mal, dass ein Video nicht gut ankommt von mir, alter. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.